Hello there und willkommen zu diesem Video. Vorgestern hat Crytek das versprochene Video zu den Economy Changes hochgeladen, welches erklärt, wie das Bloodborne System ab 1.13 funktionieren wird. Neben den Bloodborne Änderungen haben sie allerdings auch einiges an neuen Content des zukünftigen Events angeteast, was neben dem Event und Bossnamen auch neue ITabs beinhaltet. Der erste Teil des Videos wird sich um die Bloodborne Änderungen drehen, der zweite um das Event und der dritte wird meine Meinung beinhalten. Wie immer gibt es auch in diesem Video Timestamps, damit ihr zu den Themen skippen könnt, die euch interessieren. Fangen wir an mit den Bloodborne Änderungen. Mit Update 1.13 ändert sich das Bloodborne System drastisch. Momentan ist es noch so, dass BBs für Gameplay relevante Aspekte genutzt werden, wie beispielsweise das Neuwürfeln der Rekruten oder das Entfernen von Trades und Lebensbalken. Ab dem nächsten Update sollen BBs nur noch für kosmetische Items, Battle Passes und Utility Aspekte im Menü wie Hunter und Lowroad Slots benutzt werden. Die genauen Änderungen sehen wie folgt aus. Der Preis der Blockbonds wird teilweise etwas angepasst. Ich zeige euch einfach mal die Vorher- und Nachher-Bilder. Ihr könnt an dieser Stelle das Video einfach pausieren und es euch in Ruhe ansehen, wenn ihr das wollt. Lebensbalken lassen sich von nun an komplett kostenfrei entfernen, was vorher 25 BBs pro Balken gekostet hat. Neue Balken kaufen kostet wie vorher weiterhin 1 bzw. 2 Upgrade-Punkte. Das Entfernen von Trades funktioniert ähnlich. Entfernt ihr einen Trade, erhaltet ihr die jeweiligen Upgrade-Punkte zurück, minus 1. Als Beispiel, entfernt ihr den Trade Bloodless, welcher 5 Punkte kostet, erhaltet ihr 4 Punkte zurück. Es wird keine Bloodbonds mehr als Match-Belohnungen geben. Vorher hat man zum Ende eines Matches für bestimmte Sachen BBs erhalten, wie beispielsweise Hunter-Kills, Banishes etc. Dieses Feature wird komplett entfernt, was große Auswirkungen auf unser BB-Einkommen haben wird. Außerdem wird noch die Bounty Extraction Streak entfernt, bei der ihr, wenn ihr 5 Tage hintereinander mit einem Bounty Extracted seid, 25 BBs erhalten habt. Dafür bekommt man nun durch die Weekly Challenges insgesamt 50 statt 25 Bloodbonds. Rekruten-Neuwürfeln kostet nun, nachdem man einmal kostenlos neu gewürfelt hat, nicht mehr 20 Bloodbonds, sondern 100 Hand-Dollar. Gibt man diese aus, sind es danach 200 Dollar, danach 300 und so weiter. Im Video wurde es nicht erwähnt, aber ich bin mir sicher, dass sich auch das immer wieder nach einem Match resettet, wie es auch schon vorher der Fall war. Für genauere Informationen müssen wir noch auf die Patch-Notes warten. Den Schwarzmarkt könnt ihr nun täglich einmal kostenlos neu würfeln. Und Battle Passes werden nun nicht mehr 1500 Bloodbonds kosten, sondern nur noch 1000. Damit hätten wir dann die Bloodbond-Änderungen abgehakt. Meine Meinung zu dem Ganzen erfahrt ihr am Ende des Videos. Machen wir weiter mit den Event-Teasern. In alter Hand-Manier teased Crytek natürlich wieder zukünftigen Content für Leute mit einem scharfen Sinn an. Folgende Sachen wurden angeteased. Auf dem ersten Bild sehen wir den Namen des Events, welcher Tide of Shadows lauten wird. Einen neuen Skin für das Messer. Eine Toolbox und Medkit als Battle Pass-Belohnung, worauf wir gleich noch weiter eingehen werden. Dragon Breath-Bolzen für den Hand-Crossbow. Ein neuer Bolzen für die Bomblands. Schwer zu sagen, was das sein könnte, aber ich vermute mal eine Art Bleed-Munition, da wir bereits Feuer, Explosion und Steel-Boss haben und es nicht wirklich nach Gift aussieht. Und einen neuen Hunter plus Weapon Charm. Wobei, wenn wir ehrlich sind, niemand interessiert sich für Weapon Charms. Auf dem zweiten Bild sehen wir einmal den Namen des neuen Bosses, welcher Rot-Jaw lauten wird. Den Namen eines verfluchten Schiffes, der Delfin, was vermutlich das Schiff im Hintergrund des Menüs ist, was wichtig für die Lore sein könnte. Und wir können einen kleinen Teil eines weiteren neuen Hunters erspänen, welcher auch aussieht wie ein Kapitän. Auf dem dritten Bild sehen wir einmal die New Army Swift, welche genau das Gegenstück zu der Scottfield Swift sein wird. Eine neue Stalker-Betal-Variante. Und auch wieder das stationäre Medkit, welches wir bereits im ersten Bild gesehen haben, das sich in einem Consumable-Slot befindet. Was uns die Information gibt, dass wir bald solche Medkits und auch Toolboxen als Consumables mitnehmen können. Das sind alle Teases, die ich aus dem Video erspänen konnte. Okay, okay, okay. Ich muss dich da kurz unterbrechen. Schmeppdo, wir haben ganz neue Breaking News, während ich das Video hier aufgenommen habe und auch gerade anfangen wollte, es zu editieren. Haben sie einen neuen Trailer rausgehauen, wo wir den neuen Boss Rot-Jaw auch sehen können, plus auch die neue Wildcard Regen. Ich spiele euch jetzt einfach mal hier schnell den Trailer ab. Ich werde ihn aber auch noch in der Beschreibung verlinken, falls ihr irgendwie das auch da sehen wollt. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall würde ich jetzt erstmal sagen, Film ab. Und ich sehe euch gleich nochmal. Mit der Bayou-Blessung kann ich die Misskreation, die wir kennen als Rot-Jaw. Wie kam dieser Rot-Jaw hier? Es ist ein Mann, der hat ein anderes Ort gejagt, das Land der Tod. Er hat etwas zurückgebracht und hat dieses Monster, um es zu tun. Ich weiß jetzt, was diese Räume gefühlt hat. Ich stand vor ihr öfteren Mouth und ich bow. So, das war der Trailer zu Rot-Jaw und ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich absolut hyped. Ich finde, der Regen sieht unglaublich gut aus und er hört sich unglaublich gut an. Ich finde es richtig geil, wie der Boden wirklich nass ist und man es wirklich schön sieht. Klar, wow, es regelt der Boden, es ist nass, ich weiß, aber er ist richtig schön nass und wie auch das Wasser von den Dächern runtergeflossen kommt und wie der Boss sich bewegt und er scheint richtig schnell zu sein. Und ja gut, ich bin wirklich ultra gespannt, wie das Event dann wirklich ablaufen wird und ich freue mich unglaublich darauf. Das war es jetzt eigentlich auch schon, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Schaut euch gerne nochmal den Trailer an, wie gesagt, ich habe es in der Beschreibung verlinkt. Lasst beim offiziellen Hand-Channel, beim Video auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da und wir machen hier einfach mal weiter. Das sind alle Teases, die ich aus dem Video erspielen konnte, was schon nicht wenig ist. Kommen wir nun aber zum Meinungspart. Kleine Planänderung, hier wird jetzt nun doch kein Meinungspart kommen, da ich den eben aufgenommen habe und diese, glaube ich, sieben oder acht Minuten ging und ich das Video nicht so lang halten möchte. Deswegen machen wir es einfach so. Wenn euch meine Meinung interessiert, schaut gerne auf meinen Twitch-Kanal vorbei, dort können wir dann gemeinsam darüber quatschen. Schreibt mir aber gerne eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare, besonders was haltet ihr von den Bloodborne-Changes und was denkt ihr, was die neue Beetle- und die Bornplands-Emo sein wird. Würde mich sehr interessieren, was eure Gedanken zu dem Thema sind. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Toodaloo!